Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich bin's Kathi und ich darf heute wieder ein Türchen von unserem Adventskalender öffnen. Es sind nicht mehr viele, also ich habe schon wieder ein Türchen gesagt, wie schon ziemlich häufig. Ich meine natürlich ein Tütchen, aber es sind nicht mehr viele Tütchen über. Noch dreimal schlafen, dann ist schon Heiligabend. Oh Mann, jetzt darf ich das Türchen noch öffnen, dann morgen Eva nochmal, dann ich nochmal ein Türchen und dann ist schon der 24. und das Türchen darf Eva öffnen. Also ist das schon mein vorletztes Tütchen und ich werde es mal direkt öffnen. Oh Mann, aufregend. Es ist gut zusammengeknotet hier, ich kriege das gerade gar nicht auf, vielleicht brauche ich eine Schere sogar. Ich habe mir mal eine Schere organisiert, dann geht es etwas einfacher. Oh, was ist das? Taschentücher? Weihnachtstaschentücher? Oh, schön. Einmal mit einem Pinguin hier. Der hat ein Geschenk unterm Arm und eine Tanne in der Hand. Und auf der Rückseite ist noch eine große Tanne, vielleicht sollte ich die einmal öffnen und mal eins komplett auseinander machen. Vielleicht verbirgt sich da noch irgendwas, vielleicht noch ein paar weitere Pinguine. Ja, tatsächlich, das sind unterschiedliche Pinguine. Der hat eine kleine Mütze auf, der hier nicht. Der hat die Tanne unter dem einen Arm, der unter dem anderen Arm. Auf jeden Fall schön. Ich finde Pinguine auch echt süß und hier mit den kleinen Flöckchen Schnee, das finde ich echt schön. Sehr schöne Taschentücher. Es ist viel zu schade, sich damit die Nase zu putzen. Und dann habe ich hier noch Eichhörnchen. Und ich glaube, die werde ich auch einmal öffnen. Kann man natürlich auch schön basteln oder dekorieren oder auch als Servietten benutzen. Oh, das sieht man erst jetzt, wo man das auseinanderfaltet. Gut, dass ich das gemacht habe. Die formen mit ihren Schwänzen ein Herzchen. Und eine hat einen Pilz, der andere einen Apfel. Echt süß. Ich glaube, die mit den Eichhörnchen gefallen mir noch ein bisschen besser, als die mit den Pinguinen. Ich finde beide aber richtig süß. Vielen Dank, Eva. Schreibt mal in die Kommentare, welche Servierte, sag ich schon, welches Taschentuch ihr schöner findet. Sind es die Eichhörnchen oder die Pinguine? Gerne einmal unten reinschreiben. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben dalassen. Gerne unsere anderen Videos schauen. Ich habe ja schon gesagt, viele Päckchen kommen nicht mehr. Ich hoffe, ihr hattet auch so einen schönen Advent. Und immer viele schöne Sachen in eurem Adventskalender. Ihr könnt gerne auch mal unten reinschreiben, was so euer Highlight im Adventskalender war bisher. Wahrscheinlich das größte Highlight kommt ja noch am 24. Aber ja, das könnt ihr gerne mal unten reinschreiben. Sonst abonniert natürlich gerne unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Also morgen schon beim nächsten Päckchen, das dann Eva auspackt. Bis dann. Tschüss.